hallo und herzlich willkommen hier ist wieder euer tim und ich begrüße euch recht herzlich hier auf tim lp zu einem neuen projekt zu meinem ersten ls 22 projekt und ja es trägt den liebevollen namen bigger farming was es damit auf sich hat werde ich für euch jetzt mal erklären und zwar bigger farming ja es bezieht sich auf große fahrzeuge wie der name schon sagt ich habe ja normalerweise bin ich für meine oldtimer let's place bekannt das wird es auch wieder geben hier im ls 22 aber ich habe auch mal bock neben oldtimern die meistens ja kleiner sind wir haben projekt mit neueren fahrzeugen an den start zu bringen und mit großen fahrzeugen und deswegen bigger farming ja der xxl hof kann man sagen ja und wir starten quasi bei null ich kenne mich im landwirtschaftssimulator 22 auch noch nicht so gut aus ich habe bisher nur ein paar stunden gezockt ja und das macht das ganze so spannend die letzten info videos bevor er rausgekommen ist habe ich mir oder fact sheets habe ich mir auch gar nicht angeguckt das heißt wir gehen blind hier rein muss man ganz klar sagen ich zeige euch mal eben in welche ausgangsposition wir starten ihr seht oben ich habe mal als startbudget 4 millionen genommen das klingt jetzt erstmal viel ich kann mir vorstellen dass das gar nicht so viel ist wenn man sich auf große fahrzeuge konzentriert wir werden sehen ich zeige euch erstmal wie es um meinen hof bestellt ist und zwar haben wir drei felder am anfang also alles so wie man wir zocken übrigens auf der m creek m creek oder ms creek auf jeden fall haben wir drei kleine felder die sind eigentlich wie die 44 und so sind eigentlich zu klein für so ein farming projekt das heißt die werden wir höchstwahrscheinlich oder zu klein für so ein bigger farming projekt aber die werden wir höchstwahrscheinlich als baufläche nutzen so erstmal die erste idee und sonst haben wir nichts sonst haben wir nichts fahrzeuge und so habe ich alles verkauft die standard fahrzeuge die man am anfang hat ja und wir stehen jetzt am shop und in der ersten folge werden wir uns erstmal fahrzeuge kaufen und ja ich bin mal wirklich gespannt wo die reise hingeht wo die reise in diesem projekt hingeht ich kann es euch noch nicht sagen ob wir uns auf tiere spezialisieren ob wir nachher vielleicht sogar ein bisschen forst machen ich habe kein blassen schimmer und das ist auch das spannende finde ich zumindest so und darauf habe ich auch bock ich kann euch auch mal die einstellung zeigen auf dem was spielen ich muss mal eben gucken so einstellungen saisonales wachstum jahrtage tage pro monat 1 visuelle jahreszeiten habe ich aus wie habe ich die aus muss man die aus haben setzt fest ob immer ein bestimmter monat wie soll sich bei es ausschalten für dynamische monat wenn ihr dann ist es richtig dann soll das auch aus sein schnee habe ich an fruchtzerstörung habe ich aus frucht ist ja gerade durch mich durchgeheizt habe das im hintergrund gesehen also fruchtzerstörung habe ich aus ich war nie ein fan von fruchtzerstörung obwohl es realistischer ist ja aber ich habe es aus flügen ist an steine lesen ist an kalk ist notwendig unkraut ist an ja fahrzeugeinstellung schmutz normal automatischer motor start habe ich ausgemacht stop and go bremsung habe ich ausgemacht anhänger fülle mit habe ich ausgemacht anhänger können nur so weit gefüllt werden bis das maximale zulässige gesamtgewicht erreicht ist kommen das machen wir mal an das machen wir mal an spritverbrauch niedrig ja genau ich speichere jetzt noch mal also das sind die einstellung mit dem ins rennen gehen ihr könnt ja meine kommentare schreiben was ihr von meinen einstellungen haltet und generell von dem projekt und wer es noch nicht getan hat kann gerne diesen kanal abonnieren und die glocke aktivieren damit ihr nichts verpasst so ich gehe jetzt in shop ich freue mich das liebste was ich am liebsten mache in dem spiel ist einkaufen das muss ich das muss ich ganz klar so sagen so kompakt traktoren haben wir nichts mit am hut ich würde sagen wir gucken uns erstmal bei groß traktoren um ich würde erstmal sagen wir brauchen zwei traktoren erst mal was mit power ein etwas kleineren vielleicht in der größeren sparte und ein der ein bisschen größer ist der auch ein bisschen mehr wumms unter der haube hat und ich variiere dann auch mal ganz gerne mit den marken ähm ich guck mal soll man case nehmen oh wir können auch mal bevor wir hier gucken es gibt ja den gebrauchtwagenhändler oder den wie wie schimpft sich das hier gebraucht maschinen verkauf was haben wir hier denn leute was haben wir hier denn oh das müssen wir eigentlich holen oder den müssen wir uns eigentlich holen ich finde den optisch jetzt nicht so schön muss ich sagen aber ich glaube den holen war wie viel ps hat der 583 das ist schon mal fett und das ist ein richtiger schnapper das dürfen wir uns eigentlich nicht entgehen lassen wir dürfen uns wirklich nicht entgehen lassen reifenhersteller trelle borg michelin trelle borg michelin 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 sagt man noch zu dem restaurantstern mein gott bin schon wieder ein bisschen verpeilt trelle borg michelin kontinental mitas bkt bredestein ne komm nehmen wir trelle borg zwillings bereifung nehmen wir zwillings bereifung das gibt es auch nur mit zwillings bereifung motor ausführung jetzt gucken wir mal wie viel 5 638 ps 583 ps 665 ps wie teuer ist das ich glaube wir nehmen den größten motor weil dann ist es immer noch ein schnapp dann ist es 175.000 ist für den halt immer noch ein schnappen muss ich sagen was ich ein bisschen komisch finde ist mir irgendwie finde ich das ein bisschen merkwürdig dass man beim gebraucht fahrzeug hier den motor wechseln kann aber gut nehmen wir mit nehmen wir mit Kennzeichen Kennzeichen Gucken ob das aufgeht Tim LP Wo ist es 1989 Das geht genau auf das nehmen wir doch Das nehmen wir Ja Okay Ja kaufen wir Kaufen wir Steht beim Händler Ich will mir den erstmal einmal angucken Alter Schwede Das ist schon Also Weiß ich Ich sag jetzt mal so Es ist keine Schönheit Aber es ist ein fettes Teil Und es heißt ja auch Bigger Farming Ja Ich denke da ist das genau richtig Ich mach ihn mal an Soll ich die Fahrzeuglautstärke Ich fahr mal Und dann guck ich mal ob ich die lauter machen soll Doch ich mach die Ich mach die Sounds mal lauter Ne Ich mach die Sounds lauter Ähm Wo Habe ich das Wo hab ich das Lautstärke Fahrzeuglautstärke Ist schon laut Muss ich das Spiel generell mal lauter machen Ich guck mal eben Ja obwohl es geht Schreibt mal in die Kommentare Wie ihr es findet Ähm Wenn ihr es zu leise findet Mache ich es zur nächsten Folge lauter Mal innen drin gucken Ja sieht schon krass aus Sieht schon krass aus Wie gesagt das ist unser Unser PS Monster Für die Für die großen Arbeiten Das haben wir schon mal Und da haben wir einen Schnapp gemacht Jetzt haben wir noch 3,8 Millionen übrig Äh Ich bin mal gespannt Ob die 4 Millionen nicht doch zu krass waren Mal gucken So Dann äh Kaufen wir noch einen Traktor Mittelgroß Nee wir nehmen direkt noch einen großen Ja Fendt Guck mal der Fendt ist schon wesentlich teurer Als den den wir gerade geschossen haben Was haben wir Ja hier haben wir keine Traktoren mehr Oder sollen wir mittelgroßen nehmen Sollen wir mittelgroßen nehmen Ja eigentlich macht das keinen Sinn ne Es ergibt keinen Sinn Nee komm Nehmen wir einen großen Nehmen wir einen großen Ich bin Ich bin ja so ein klein Ich weiß nicht wieso Aber New Holland finde ich cool New Holland finde ich cool Boah da ist schon wieder so ein Ding ne Das passt auch einfach auf die Ami Karte Das muss man sagen Da ist er Normalerweise wird der 352.000 kosten Also wir haben ein Schnäppchen gemacht Wir haben ein Schnäppchen gemacht Das kann man nicht anders sagen So ich nehme den New Holland T8 Ähm Sieht schon Sieht schon cool aus Ne nehme ich Nehme ich Nehme ich Nehme ich Traileborg Reifen Komm wir bleiben Traileborg einfach treu Reifenvariante Standard Radgewichte Reitreifen Komm nehmen wir Radgewichte Motorausführung Wie viel PS hatten der 351 Komm nehmen wir mittleren Motor Wie groß ist denn der Preisunterschied Und PS Unterschied Also 13.000 mehr für Die paar PS 13.000 Also das Problem ist jetzt Wir müssen ja noch Mähdrescher Und was weiß ich Alles kaufen Und was man nicht vergessen darf Wir müssen von dem Geld Auch noch Felder kaufen Also Land kaufen Und Hallen Und sowas Ich glaube ich gehe erstmal Sparsam um Ich mache die kleinste Motorausführung Ich mache die kleinste Motorausführung Das reicht Wir haben ein PS Monster Oh ne Mieten möchte ich nicht Wir haben ein PS Monster Und dann nehmen wir hier Den der ein bisschen Weniger Bums hat Zum Hänger ziehen Und sowas Ja Und was weiß ich Mit dem kann man ja auch Gut arbeiten Nehmen wir Gefällt mir gut Kaufen wir So Steht auch beim Händler Gucken wir jetzt nochmal Ich muss das Spiel Auf jeden Fall Ja schreibt es mal In die Kommentare Aber ich denke Ich muss das Spiel Auf jeden Fall lauter Mal Die Sounds Sind gerade richtig gut Im LS 22 Muss ich sagen Besonders wenn man So ein Kipper So ein Anhänger Kippt Und die Hydraulik Und all Das hört sich Einfach geil an Allein der Moment Wo ich das erste Mal Im LS war Im Livestream sogar Bin ich in Pickup Eingestiegen In der Garage Gefahren Und Dann hat Lord Knilch Schöne Grüße an dich An der Stelle Hat gesagt Hör mal genau hin Da bin ich in der Garage Gefahren Und es hat richtig Gehallt Bin rausgefahren War der Hall weg Das fand ich schon Das habe ich schon Gefeiert Ja die sehen Ja die sehen doch Cool aus Die sehen doch Wirklich cool aus Ähm Dann Gehen wir weiter Also Traktoren Haben wir abgehakt Mähdrescher Brauchen wir Was großes Feldhäcksler Ne Ja gucken wir Erstmal beim Mähdrescher Also wir wollen Bigger Farming Machen Also eskaliert Das jetzt Also was heißt Es eskaliert Was im Rahmen Der 4 Millionen Möglich ist Wir dürfen es Nicht so übertreiben Vom Geld her Weil Ne Wir müssen noch Felder und alles Holen Ja 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 Gucken wir mal John Deere Oder Case Oder Klaas Was nehmen wir denn Nehmen wir einen Johnny Ah das ist schon teuer Das ist wirklich schon Also ich glaube Die 4 Millionen Waren gar nicht so krass Aber wir wollen uns Ja auch noch Was erarbeiten In Zukunft Ähm Ich kann mich Nicht entscheiden Ich kann mich Nicht entscheiden Wir nehmen den Case Wir nehmen den Case Äh Dann brauchen wir Ja auch noch Ähm Schneidwerks Äh Wagen Brauchen wir auch noch Komm wir kaufen Jetzt erstmal den Case Den Case Holen wir uns Schneidwerk Brauchen wir ja auch Passend dabei Müssen wir erstmal Das Schneidwerk finden Das ist zu klein Größeres Terraflex Das hat 13 Meter 12 Meter Aber da ist schon Direkt Äh Der Ja Ich glaube Das nehmen wir 89.000 Damit können wir Arbeiten Damit können wir Arbeiten Arbeitsbreite von 13,7 Meter Das nehmen wir Das nehmen wir Oh jo Das sieht schon gut aus Das sieht schon gut aus So Das sieht schon gut aus Jetzt müssen wir nochmal gucken Was wir noch holen Ähm Ich gehe wieder zu dem Fahrzeug Mähdrescher Feldhäcksler Weiß ich noch nicht Ob wir den am Anfang brauchen Weiß ich nicht Kann ich Habe ich mir noch Keine Gedanken zu gemacht Wie gesagt Ich bin relativ spontan Jetzt in das Projekt Reingegangen Das heißt Äh Es wird Wird sehr interessant Wo die Reise hingehen wird Traumtechnik Traumtechnik Oliventechnik Brauchen wir hier nicht Mähtechnik Mähen wäre schon nicht schlecht Wenn wir Mäher dabei hätten Dann brauchen wir Auf jeden Fall Was zum Verladen So Radlader Teleskoplader Brauchen wir Ja Steinesammler Auf jeden Fall Habe ich ja an Grubber brauchen wir Flug Habe ich Flügen habe ich angemacht Brauchen wir auch Also es gibt noch viel zu kaufen Aber ich sehe gerade Wir sind schon bei einer Viertelstunde Ähm Ja In der nächsten Folge geht es weiter Ich mache mir auf jeden Fall Gedanken Was wir noch Äh Benötigen An Gerätschaften Und ich würde euch bitten Deswegen nehme ich nicht die zweite Folge Direkt jetzt im Anschluss auf Sondern Äh Warte auf eure Kommentare Schreibt mir mal bitte in die Kommentare Was ihr Noch denkt Was wir Im Startfuhrpark Jetzt noch an Gerätschaften benötigen Schreibt das in die Kommentare Ich lese mir das durch Und dann Sehen wir uns in der zweiten Folge wieder Und dann werden wir auch mal den Helfer ausprobieren Den Fahrhelfer Äh Und werden mal auch so ein paar Gerätschaften Zum Hof schicken Und mal gucken wie gut das Ganze funktioniert Ich bin gespannt Ich freue mich total auf das Projekt Ja Und Wie gesagt Wer es noch nicht getan hat Kann gerne diesen Kanal abonnieren Wenn es euch gefallen hat Einen Daumen nach oben Und ähm Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken Bis zum nächsten Mal Euer Tim Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal